Der Kerl ist flüchtig und Überträger der Krankheit. Wir werden ihn zur Quarantäne nach Travis bringen. Also dann los! Big Eye, Big Eye, hier Viper. Wir sind auf Flugposition. Hören Sie uns kommen. Weiter hier, Big Eye. Flughöhe 9-0. Bleiben Sie auf Position. Ende. Jetzt hören Sie gut zu, Major, und erzählen Sie uns keinen Blödsinn. Holen Sie mal General Ford ans Telefon. Hier ist Colonel Daniels. Es eilt. Sam, wo steckst du jetzt? Billy, wir sind auf dem Rückflug. Wir haben den Wirt. Du hast was? Wir haben den Wirt gefunden. Gott sei Dank. Ja, Sir, Sie können die Bombardierung ablasen. Na schön, ich werde dir ein bisschen Zeit verschaffen. Mehr kann ich nicht tun. Und bewege deinen Arsch möglichst schnell her, verstanden? Ja, Sir! Ach, Sam, du könntest während des Rückflugs auf Widerstand stoßen. Widerstand? Sicher zurückzukehren dürfte da nicht ganz leicht werden, Billy. Viel Glück. Na dann los. Probleme können? Natürlich. Outbreak. Gleich geht's weiter. Wir hatten das Antiserum und haben es nicht eingesetzt. Meinen Sie nicht, dass man das erfährt? Wir haben Ziel erfasst. Werfen Sie die Bombe dort ab. Dann müsst ihr uns wohl abschießen. Wir werden nicht weichen. Wir werden nicht weichen! Wie er nährt sich ein Champion. Dann die Sahne von Danone. Davon krieg ich nie genug. Der hat mehr als Schokolade. Oh ja, die Milch, die tut mir so gut. Und nochmal! Dann die Sahne von Danone. Davon krieg ich nie genug. Dann die Sahne von Danone. Mit Original Cabua-Kakao. Und gutem aus Milch. Danone, Gutes kann so gesund sein. Das schmeckt mir. Was verborgen ist, wird enthüllt. Kühle im Licht. Wärme im Schatten. Träume von tausend Leben. Roma und Roma Uomo Parfum. Ein Hauch von Ewigkeit. Für Sie und ihn von Laura Biagioti Parfums. Amaru. Danu. Oli. Bad Rock. Untertitelung des ZDF, 2020 Willkommen in der Welt. Die Jugend von Borussia Dortmund machte den Härtetest in Schwarz-Gelb. Da liefen viele schwere Spiele. Fünf Trikots wurden immer wieder mit dem neuen Persil Mega Perls Color gewaschen. Fünf jedes Mal mit einem anderen Waschmittel. Das Ergebnis im Schwarz-Gelb-Test. Der Langzeitfarbschutz stoppt den Farbverlust. Schwarz bleibt schwarz und gelb bleibt gelb. Das neue Persil Mega Perls Color mit Langzeitfarbschutz. Wenn ihr Kind eine richtige Erkältung hat, sind ihre Hände die liebevollste Fürsorge und der schönste Trost. Und wenn ihre Hände Vigvaporub auftragen, beruhigen seine heilsamen Dämpfe den Husten, befreien die Nase und spenden wirkliche Linderung. Was ist tröstlicher als von Mama mit Vigvaporub eingerieben zu werden? Liebevolle Berührung und Vigvaporub. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ist es schon so weit? Dieses Mal wird er noch besser. Noch vollkommener. Sein Gesicht wird perfekt. Und er bekommt ein Herz. Wie es noch keiner hatte. Ja! Damit kann man sich sehen lassen. Der Opel Causa mit neuem Dreizylinder-Motor. Irgendwann packt's alle. Endlich das Ende der Problemzonen. Philly Shave Reflex Action. Passt sich jeder Gesichtskontur flexibel an. Selbst in Problemzonen. Philly Shave Reflex Action. Sanft und unglaublich gründlich. Jetzt mit Geld-Zurück-Garantie. Philly Shave von Philips. Let's make things better. Lieber angenehm erfrischen. Franziskaner. Das Frische an Bayern. Traumstrand. Superhotel. Exzellenter Service. Und für Frühbucher das Ganze zu dem Preis. Zu dem Preis. Unmöglich. Der muss sich doch verrechnen. Hat er nicht. Eins, zwei, Fly. Bei diesen Preisen muss man reißen. Immer das Gleiche. Mary! Unser William war noch nie so weiß. Das ist mein neues Waschmittel. Dasch zwei in eins. Dasch zwei in eins? Hier, wo sich seit 300 Jahren nichts verändert hat? Gerade deshalb war's höchste Zeit. Kompliment, Mary. Mein Gewand ist auch viel weicher. Weicher? Wohl mit teurem Extra-Weichspüler. Aber nein. Bei Dasch zwei in eins ist der Weichspüler schon drin. Da geben wir kein Geld für einen Extra-Weichspüler aus. Wenn das so ist, exzellent. Tja, der Schotte spart wirst du eben gern. Sprich nicht schlecht über die Schotten, solange du ihr Haus benutzt. Und sie dich weiß waschen. Dasch zwei in eins. Extra-Weiß, Extra-Weich, Extra-Weichspüler gespart. Wer sich eine solide Altersversorgung aufbauen will, sollte sich doch bis zu 200 Mark Bausparprädie für 97 sichern. Bei allen Volksbanken, Reifreisenbanken und Schwäbisch Hall. Halt, Boxenstopp, wer hat denn da gehustet? Das war Jakob. Dann hol ihm doch bitte die Wikustenbonbons. Mh, schwarze Johannisbeere. Ich dachte, Jakob hat gehustet. Wir sagen's einfach rein weiter. Wikustenbonbons. Wenn es sein muss hilft, ansonsten schmeckt's. Liebe Familie Hinz, liebe Familie Kunz, dieser Hinweis ist leider nicht für Sie bestimmt. Premiere am 9. Januar. Der neue Toyota Avensis. Kein Auto für irgendwen. Wer will schon ein Auto, das Hinz und Kunz fährt? Papa, wie viel ist eins und eins und eins? Also, du hast, ähm, einen Blumenkohl, einen Brokkoli und einen Schinken. Was macht das? Hunger! Mh, unvergesslich gut. Maggi-Meisterklasse Blumenkohl-Brokkolisuppe mit Schinken. Unvergesslich gut. Unterwegs zwischen Vergangenheit und Zukunft ist er, das Gesetz. Hallo, ihr Wichser. Immer höflich und immer bestimmt. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Aber es gibt etwas, das ihn richtig wütend macht. Er hat meine Wohnung verwüstet. Die können ihn umlegen. Der Fachmann für schöneres Wohnen. Jean-Claude Van Damme. TimeCop, heute 23 Uhr bei RTL. Das Kino-Highlight bei RTL. Ich möchte ein Spiel spielen. Simon wird Lieutenant McLean sagen, was er zu tun hat. Und Lieutenant McLean wird es tun. Ich glaube, das wird heute nicht ein Tag. Kann ich mir denken. Bruce Willis stirbt langsam. Jetzt erst recht. Sonntag, 22 Uhr bei RTL. Probleme? Ab Waschtag. Lass mal gut sein, Junge. Der echte Van Damme. In TimeCop. Heute 23 Uhr bei RTL. Ein Film geht zu Ende. Die Musik bleibt. Die schönsten Pau-Balladen der Filmgeschichte. Unvergessliche Momente. Slow Motion, Volume 7. Auf CD und MC. Jetzt im Handel. Sam, wo steckst du jetzt? Billy, wir sind auf dem Rückflug. Wir haben den Wirt. Du hast was? Wir haben den Wirt gefunden. Gott sei Dank. Ja, Sir, Sie können die Bombardierung ablasen. Na schön, ich werde dir ein bisschen Zeit verschaffen. Mehr kann ich nicht tun. Und bewege deinen Arsch möglichst schnell her, verstanden? Ja, Sir. Ach, Sam, du könntest während des Rückflugs auf Widerstand stoßen. Widerstand? Sicher zurückzukehren dürfte da nicht ganz leicht werden, Billy. Viel Glück. Na dann los. Probleme können? Natürlich. Sandmann, hier ist Viper 6. Gehen Sie runter, kehren Sie zum Stützpunkt zurück. Viper 6, hier Sandmann, verstanden. Kehren zum Stützpunkt zurück.